Aua! Das war das Stichwort der letzten Folge. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Death Honor, Daunt des Outsiders. Zu viele sind aber nicht angekommen. Nichts sammelbares. Aramis. In der Nähe ein Kopf. Dann gucken wir mal. Oh, dunkles Brot. Muss markiert werden. Glück liegt da hinten. Da hinten ist niemand. Na, blödes Glas. Das muss ich ja außen rum. Dann... Ah, Mann. Etwas zu langsam. Boah, sieht übel aus. Oh, rot. Das ist schon alles voll rot. Kann man treten? Nee. Wir haben übrigens gar keine... Oh, gar kein Unterleib und Füße und sowas. Die haben nichts dabei, was man mitnehmen kann. Die sind mittellos. So, jetzt aber. Zumindest mal markieren. Da oben ist noch wer. Ah, der Cardoza. Leben lassen und in den Stuhl. Ausnahme bei ihm ja. Dass wir das böse Ende erleben, heißt das nicht, dass wir jeden umbringen müssen. So, hier macht gleich was klar. Okay, verspätet. Wollte schon sagen, da hinten... ...dieses Gerümpel da unten. Das hat extrem Lärm gemacht. Die Säge unter anderem. Und diese dicke Bolzen. Wie ein Maschinengewehr. Und dann... ...ist das lautlos. Hier ist nichts weiter. Eine Fuge, Stilton. Oh, ob sie was dazu gesagt bekommt? Speziell? Sie fahren gleichmütig werden an und ist am Fragen. Adias, Einsamkeit, Schrecken. Wälder um Wälder, brechen Sie sich an den Felsen. Brief an die kaiserliche Kuratorin. An die kaiserliche Kuratorin Breanna Ashworth. Mein Name ist e.zienfregos. Wir haben gemeinsame Freunde und das ist alles, was Sie dazu wissen müssen. Ich glaube, wir teilen gewisse Interessen. Ich möchte Sie bitten, ein privates Treffen unter irgendeinem künstlerischen oder kuratorischen Vorwand für uns zu vereinbaren. Dann können wir ausführlich besprechen, was uns beide beschäftigt. Das Wesen des Nichts und die Möglichkeit, leibhaftig und sicher durch seine zerstörte Landschaft zu wandeln. Ja, ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, diesen sorgenumwogenen Ort betreten zu können. Ich habe einige Silbergrafie-Drucke beigelegt. Ich vertraue Sie Ihrer Fachkenntnis an und möchte Sie im Interesse unserer beider Sicherheit bitten, Sie mit der allergrößten Diskretion zu behandeln. Verbrennen Sie sie lieber, ehe Sie riskieren, dass Sie entdeckt werden. Allein mit diesem kurzen Brief habe ich mir bereits gefährliche Feinde geschaffen. Adressieren Sie Ihre Antwort an mich persönlich. E-Punkt, Cien Fuegos, El Euterio, Dodododo, ein Goldbarren und ein Gesundheitselixier und eine Säge. Und die rote Farbe, ah, damit hat sie sich ihren Schall bepinselt. Ah, so, und sie wollte uns in dem Glauben lassen. Wir haben sie kaltblütig umgebracht. Na, ich sag nix. Hier durch. Können wir machen, wenn alle weg sind. Wenn wir hier gleich mit denen fertig sind. So, hier gab es noch Glück, aber hier erstmal... Ah, hier, Geld. Bastelianische Küste, eine Karte. Und Glück. An der Treppe ist sie gerade nicht, das ist gut. Da hängt mal ein Bild... Oh, die haben die ganzen Regale ausgeräumt. Ah, die haben ja auch schon viel verbrannt. Na, leer, Eddermeyer, Tinktour, leer. Nix weiter. Dann gehen wir so langsamer hoch. Da hängt mal ein Bild. Oh, oh, ich dachte, das wäre er Ärzte oder so. Tivianisch ist Ärzte, aber nee. Herr Cardoza, Schwester Roswin bittet auf die Terrasse. Es geht um das ketzerische Archiv. Sie möchte, dass du es nimmst. Ja, ja, sehr gut. Sag Schwester Roswin, dass ich gleich komme. Ich muss erst noch diesen Test beenden, bevor das Fleisch zu sehr verfordert. Die Krümmel ist ein Stimmlappen. Sie sagt nix. Und wieder nix dabei. Der kommt auf den Stuhl. Die heilige Musik scheint die Arterien zersetzt zu haben, die zum Wahrnehmungszentrum führen. Das dichte Gewebe hier, das anämische Blut. Ja, ja. Ho, ho, gradig abnorm. Wo sitzt das Zentrum der Ketzerei? Welches Organ zwingt diese jämmerlichen Kreaturen dazu, das Nichts zu suchen und den Worten des Outsiders zu folgen? Sollte ich die Augen der Hexe untersuchen, bevor ich die Musik abspiele? Ja, verdarbter Sicht, die verdorbenen Sinne. Ich muss sie rausschneiden. Sie schreien in Agonie zur heiligen Musik. Sie bereitet ihnen Schmerzen. Alles Schöne ist hässlich in ihren wirren Köpfen. Sie brennen vor Ketzerei. Nun ist aber genug hier. Wonach suchen die? Mich würden sie bestimmt auch gern aufschlitzen. Jetzt bin ich dran. Der Schnallstrom. Auf der Terrasse ist sie und hat was dabei. Die wird umkommen. Der nicht, die... Ach ja, Kissen, ne? Nicht vergessen. Dann schaffe ich ihn erst mal weg. Sie wird sterben. Er nicht. Er kommt auf den Stuhl. Das bringt was. Ich bin hier nochmal halbwegs leise. Ich werde mich gleich noch etwas voran bewegen. Aber da will ich erst mal um die Ecke. So, jetzt können wir Gas geben. Ab auf den Musikstuhl mit dir. Noch eins tiefer. Was macht die Tante hier unten? Hat die sich mittlerweile wieder einbekommen? Naja, ist schon besetzt. Schade. Das kommt bekannt vor mit diesem Stuhl. Ein anderer Stuhl. So, dürfen wir jetzt was umlegen? Ich schaue nochmal kurz nach. Aufträge. Jedermannsorten verbrechen. Kaiserlicher begeht. Möge blinden Schwestern. Möge alle bis auf töten. Achso, ich muss sie noch töten oben. Töten. Ich darf sie nicht bewusstlos legen. Gut. Habe ich irgendeine bloß gewirkt? Also die Schwestern. Die beim Orakulum habe ich umgebracht. Die davor auch. Die eine hat sich doch bewusstlos gelegt. Die eine hat sich doch bewusstlos gelegt. Die hat sich ja selbst benebelt. Zu der muss ich nochmal. Die muss ich umbringen. Moment. Aufträge. Oh. Auch alle Brüder. Das Mist. Einer schläft beim... Nee, beim Kochtopf. Habe ich da einen schlafen gelegt? Tot. Jetzt nochmal alle kontrollieren. Aber es geht halt nur jetzt, ne? Wenn ich später im zweiten Durchgang spiele, bringe ich ja keinen um. Oh, ich will jetzt nicht nochmal alle kontrollieren. Aber hier draußen habe ich keinen schlafen gelegt. Unten Unten habe ich einen mit dem Stromstoß genau umgeschossen. Das weiß ich noch. Also Tante oben. Tante recht unten. Da muss ich nochmal kurz zupixen. Genau, der hier. Ich glaube, er ist tot. Der war tot. Und der sowieso. Hier unten, die... Die sind ja auch umgekommen. Die habe ich ja auch fein zerstückelt. Den einen sogar von innen auseinandergerissen. Habe ich noch irgendeinen nicht umgebracht. Tot, tot. Nochmal gucken. Hakenmin hat hier nichts zugegriffen. Tot. Tot. Die eine Tante halt noch. Der war ja auf jeden Fall auch tot. Genau. Hier hinten war niemand mehr. Er ist tot. Er ist tot. Die habe ich ja auch abgepikst. Tot. Keine Mine. Schade. Sondern jetzt zu ihr hier hinten. Ihn habe ich auch umgebracht. Mhm. Hm. Voltaikschuss. Ah. Dann den hier betenden habe ich ja auch umgebracht. Und dann hier. Kopf ab. Hm. Ich wollte Kopf ab machen. Einmal umgebracht. Es geht nichts zu zerstückeln. Das war mal anders. So. Jetzt fällt nur noch die Roswin, ne? Er kommt in den Musikstuhl. Hier war niemand mehr. Hier im Hof habe ich auf jeden Fall umgebracht. Und draußen habe ich auch keinen. Doch. Den im Beet. Moment. Hm. Könnte schief gehen. Den im Beet. Na ja, die Terrasse oben. Dort, dort, dort. Gleich noch zum Beet. So. Beet war hier links. Blut fliegen. Seid ihr schon wieder hier? Genau. Hätten wir das auch. Dort. Hier habe ich ja tot gemacht. Da habe ich noch Münzen übrig gelassen. Sie muss leben. Die waren auch alle tot. Hier habe ich ja geschossen wie wild. tot. Ich habe bestimmt einen vergessen am Ende. Bestimmt. Tot. Blündern. Okay. Stimmt, da habe ich abgebrannt. Die, wie gesagt, alle tot. Dann gehen wir jetzt wieder hoch. Dann nur noch die große Schwester. Und ich glaube, dann sind alle tot. Bin mal gespannt, ob ich mich an alle erinnern konnte, die ich noch bewusstlos bekommen habe. In den Vitrinen ist auch nichts mehr. So viele Meter, die wir jetzt zurücklegen. Keiner bezahlt uns dafür. Chase. Tup, 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 tup. tank, tup, 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 tup. Sie habe ich ja auch umgebracht, genau. Ah, die sind immer noch da. Schön. Die ganzen Blümlines. Ah, hier haben wir doch mal was gefunden. Stimmt, die haben ja auch immer gerne auf den Leuchtern gesessen, die Schwestern, die Hexen, die anderen Schwestern. Stimmt, hier hinten ging sie noch ein. Hier ist aber diesmal nichts weiter. Ja, mit Corvo haben wir doch... Da hat doch... hat der Corvo was erzählt? Auf jeden Fall ging es hier um Jessamine und Corvo, als wir hier lang sind. Im zweiten Durchgang von Death Honor 2. Das habe ich mir gemerkt. Pigmenter. Ah, da könnte man sich drin suhlen, wenn das Ketchup wäre. Obwohl Ketchup in Pulverform klingt nicht so cool. Habe ich nicht noch irgendwo Blutfliegenpanzer gesehen, irgendwo durch? Nachricht von Lina Roswin. Cardossa. Das ketzerische Archiv, das wir entdeckt haben, ist gefährlicher, als wir dachten. Eine jüngste Vision hat dessen Bedeutung für die Zukunft der Gläubigen enthüllt. Wenn wir nicht bald handeln, könnte dieses Wissen alles zunichte machen, was der Orden... Alles zunichte machen, was der Orden auf den Inseln erreicht hat. Wir haben nun zwei Möglichkeiten. Die Dokumente mit all den anderen lästigen Schriften zu verbrennen, die wir entdeckt haben, oder alles für weitere Untersuchungen und Überlegungen nach Whitecliff zu senden. Ich werde heute über meine Vision meditieren und dann entscheiden, was im Innerinteresse des Ordens liegt. Sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, werde ich eine meiner Schwestern schicken, gibt keine mehr, um sie abzuholen. Kommen Sie dann unverzüglich zu mir und folgen Sie meinen Anweisungen genau und ohne die geringste Verzögerung. Es ist zu gefährlich, die Information dieser Dokumente länger als unbedingt notwendig, hier zu behalten, Schwester Roswin. Haben wir jetzt zu lange gewartet? Ist die jetzt abgedampft? Das wäre ja blöd. Weil die Tante, die ihn holen sollte, ist ja schon vor Ewigkeiten unterwegs gewesen. Missionsnotizen der Reisenden des Reisenden-Vize-Aufsehers Schwester Roswin hat uns angewiesen, die Bücher und Papiere der Hexen zu vernichten. Ihre Weisheit ist über jeden Zweifel erhaben und doch, ich habe in den Aufzeichnungen solche Wunder gesehen. Was kann es schon schaden, durch die Bücher zu blättern, bevor sie vom Feuer verzehrt werden? Sollten wir den Feind nicht kennen, den wir bekämpfen? Sollten wir ihre verderbten Gedanken nicht studieren, um sie besser zu verstehen? Mich plagen Zweifel und führen meine Gedanken auf den irrenden Weg. Ich weiß, es ist Ketzerei und doch brenne ich vor Neugierde. Wenn ich doch nur ein paar kleine Bände vor den Flammen retten könnte, da krabbelst du in den Fingern, hä? So, und verderbtes Knochen-Artefakt C4. Haben wir es wieder. Das da nochmal kann. Du bist schneller, wenn du gehst oder rennst. Du erleidest mehr Schaden. Jetzt das Geräusch hier auch weg. Chloroform Flasche betäubt. Eieieiei. Hier sah es ja vorher schon wild aus. Aber die haben das hier weitergeführt. Dann gehen wir mal raus. Wenn wir uns ihr zeigen, dann greift sie uns an. Bestimmt. Oh, hier sind noch ein paar. Ordensschwester. Roseman in der Mitte. Ah, da sind zu viele. Sie markiere ich mal besonders. Auch wenn sie gerade schon besonders markiert ist. Ne, eher die weiter entfernten. Ah, jetzt habe ich kein nichts mehr. Ah. Die, die uns näher stehen. Die werden uns ja sofort angreifen. Okay, warten, bis die Energie sich aufgeladen hat. Könnten wir gebrauchen. Leider läuft das jetzt nicht weiter. Das ist nichts hier an der Seite. Aufträge beschaffe bloß das Archiv. Wir müssen nicht mit den schwätzen. Schade, dass die nicht mit uns schwätzen, ne? Die greifen halt sofort an und erzählen dabei vielleicht noch was. Aber ich hätte gerne vorher ein Gespräch mit den Hauptleuten. Und dass die dann angreifen. Wenn wir gesagt haben, nö, ist uns alles Pieps egal. Oder wenn die uns irgendwas erklären wollten. Okay, wie mache ich es denn? Schade, dass wir nicht Domino haben. Parkmühen kann jetzt nicht schaden. Aber die Reichweite ist noch nicht so groß, dass sie sich jetzt schon jemanden greift. Wenn es zu eng wird, renne ich hier wieder rein. Deswegen habe ich hier mir schon was vorbereitet. Da habe ich besseren Rückzug. Tödlich aktivieren. Jetzt, wo du es sagst. Sieht böse aus, weil rot-lila sticht dabei. Ach so. Man stellt diese um und muss nicht jeder einzeln umschalten. Okay. Gut, dann hätten wir das. Dann machen wir dann gleich mal in der nächsten Folge. Weiter. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Cliffhanger. White Cliffhanger. $2. $3. $2. $3.